willkommen zu einer weiteren folge rollstars auf meinem kanal hier heute mal mit facecam und ich habe heute auch mal eine ganz neue oder keine neue aber eine andere aufnahmeart probiert wie ich euch da eigentlich blotas hier präsentieren kann so dass es auch von der technik für mich passt und ihr seht dass sie ich habe sie am mobile device und ich kriege sie jetzt auch mittlerweile über wireless lan rüber das war nicht immer so sonst habe ich das immer am kabel gehabt dann hat das kabel aber einen kleinen wackel liegen was geben wieder offline dann ging der sound wieder nicht und 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 aber ich habe es jetzt endlich geschafft und ich glaube es ist qualitativ ich will nicht sagen grenzwertig aber manchmal wenn ich so ein bisschen schneller hin und her scrolle dann dann studiert das so ein ganz ganz kleines bisschen das sind also noch ein paar fein settings ich hier machen will aber was will ich eigentlich machen heute ich will so ein bisschen was ja tatsächlich will ich ein bisschen was ausgeben denn wir haben natürlich neues ereignis das neue ereignis ist mal showdown und ihr seht dass ich habe heute noch nicht gebrolt ich kann nämlich alle drei sachen noch machen juwelenjagd showdown und die juwelenjagd im ereignis aber ich glaube bevor wir das machen wir machen machen wir schon mal ein chest opening hier oder bin ich gerade an mein mikro gekommen also gucken wir mal ich muss jetzt natürlich so ein bisschen ich gucke jetzt natürlich immer so ein bisschen auf das handy hier und da kriegen ein paar punkte und wir kriegen hier ein sticker ok da habe ich jetzt reichlich von denn dieses komische event das habe ich erst einmal gespielt ich weiß dass es da in den schwierigeren stufen dann auch mehr marken gibt aber ist egal ich wollte eigentlich noch shoppen hier und zwar natürlich die umsonst sachen erst mal shoppen die da gibt es dann täglich also für die für die shelly hier nicht für die ist für die shelly ist für die jenny glaube ich nehme ich die punkte natürlich sehr sehr gerne mit also die power punkte hier für ja und den können wir die kommen auch leveln und ich werde ich werde sie auch leveln aber es gab noch ein anderes angebot das habt ihr euch sicherlich schon geholt ich noch nicht nämlich das hohoho angebot hier also machen wir erst mal die große boxe jetzt auf und guck mal was drin ist 49 münzen das ist ja nicht so wirklich super viel power punkte für den el primo und einmal power punkte für den brook ok die kann ich gebrauchen den habe ich nämlich erst auf level zwei hier habe ich ja recht frisch dazu bekommen und wir haben hier auch noch mal zwei sticker ok da ist das das ding ist jetzt auch auf null aber dennoch wollen wir mal schauen dass wir jetzt irgendwas beziehungsweise nicht irgendwas sondern dass wir uns noch eine kiste hier freischalten ich hatte erst gedacht ich hole mir das level 25 paket aber das hole ich mir nicht das level 5 paket hatte ich mir noch geholt ich habe mir gedacht wir holen uns hier das weihnachtspaket weil wir weihnachten haben und ich mir ja alles immer selber beschenken ich habe ja keine geschenke bekommen also beschenke ich mich immer selber heute beschenke ich mich mal mit dem weihnachtspaket und ich würde sagen das kaufen wir auch mal ich klicke mal im rhein und machen kurzen hat so da ist die zahlung erfolgreich und jetzt auch gleich das zeichen des todes beim kisten öffnen das ist natürlich kacke aber ich kann tippe tippe ok wir tippen mal rein mal sehen was war was wir haben und 190 münzen das ist cool ich weiß sowieso nicht in den späteren level wie man die ganzen münzen dazu kriegen soll eigentlich der primo kriegt ein paar punkte und der der brook schon wieder ok dann level war denen in jedem fall gleich wir kriegen ein paar punkte für jesse nicht jenny habe ich eben jenny gesagt jesse heißt er natürlich schauen wir weiter für shelly shelly kann ich auch level die ist sicherlich ein bisschen teuer nita also passt glaube ich die die war schon mal nicht schlecht also für mich jetzt als als casual gamer was kommt da jetzt ja 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 wer ist das ich halte mir die augen zu es ist penny super selten a das ist super okay ja geile sache und wir haben immer noch zwei verbleibende bonis das ist nett okay die sticker hier und ich denke mal als letztes gibt es dann irgendwie immer games oder und nein keine games ich habe so ein glück ich krieg den marken verdoppel denn der ist richtig richtig gut 280 marken oder wie viel war das 200 marken zweimal 200 marken das ist richtig krass nächste truhe hier machen wir auch gleich auf und mal sehen was verdaten 187 das ist in ordnung ich glaube für diese truhen und wir kriegen ein paar power punkte für poco ist einer meiner lieblings bruder im moment jesse kriegt auch noch mal 22 dabei da können wir da können wir nachher ein bisschen leveln hier und bali nicht ganzes nicht ganz das update für bali erreicht schade okay den muss ich unbedingt hier muss ich unbedingt spielen denn der liegt mir ja noch gar nicht ich habe mir heute sagen lassen spielt alle bruder auch bis zu einer gewissen pokal höhe hoch werde ich sicherlich auch machen auch und 11 juwelen noch mal am ende aber kann man ja immer irgendwo gebrauchen und auch immer irgendwo verpowern und ich denke mal wir haben ja noch dann zusätzlich 170 juwelen dazu bekommen ja ich habe ich habe mir mal einen juwelen pack gekauft gehabt nämlich 160 power punkte auf irgendeinem bruder was sicherlich auch nicht schlecht ist aber ich glaube im moment muss ich mir nichts hier großartig gönnen sondern wir gehen hier mal rein ins geschehen und brawler mal ein bisschen rum wir hatten ja gesagt wir wechseln mal den brawler und nehmen den kollegen hier unten links oder nehmen wir mal unsere neue penny ich glaube wir nehmen mal die neue penny hier haben wir auch noch nicht gespielt okay was kann die penny eigentlich was macht die verschießt einen beutel katzen gold okay trifft die sein fein platz der ok ok und als special hat sie die stelle eine kanone auf ok die stelle eine kleine kanone auf die nehmen wir mal den immer mal mit hier in diese kleinen jagten hier dann machen wir als erstes die juwelen ja glaube ich mit der penny und dann sind wir auf jeden fall im spiel geschehen und dann sehen wir jetzt vielleicht mal das ist mal so ganz ganz leicht krisselt vor allem beim szenenwechsel aber ich glaube da habe das gerade gesehen ich glaube es hält sich im grenzen ich hoffe es hält sich im grenzen wenn ich jetzt spiele und gucken wir mal die stürmen forsch voran meine anderen beiden streiter machen erst mal gar nichts das wundert mich dann auch manchmal entweder haben wir so ein ultra leck und und kriegen das nicht mit dass das game hier gestartet ist oder aber sie haben halt kein bock und gucken erst mal mit mit wem sie hier gerade so zusammen spielen und wenn das nicht passt dann nehmen sie dann nehmen sie gar nichts mit oder machen dann gar nichts das ist natürlich ein bisschen doof ich habe jetzt aber schon mal eine kanone stehen also irgendeiner leckt hier entweder ist es der server ich bin es oder es sind meine meine mates hier was ich jetzt nicht wirklich glaube aber es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier zack da stellen wir auf jeden fall wieder unser ding aus jetzt muss ich aber jetzt muss ich mal kurz kurz einmal unten herum rennen um einmal so ein bisschen gerade durchrecken hier die ist gar nicht mal so schlecht glaube ich ich glaube da kann ich mich dran gewöhnen an die hier woher sind auf jeden fall die nächsten marken für uns naja okay da ist natürlich irgendwo so ein brook der da seine langen dinger verschießt aber so wirklich kommt er hier jetzt auch nicht ran das sind wir schon eher ein bisschen besser mit unserem marken hier und ich denke mal noch auch ein treffer oder so dann kann ich in jedem fall so ein treffer irgendwo landen da kann ich in jedem fall mein teil hier noch mal aufstellen das ist für die verteidigung gar nicht mal so schlecht hält zumindest den gegner schön auf und wir haben hinten aber noch ein okay den haben wir weg gemacht aber ich denke mal meine mates werden sich das holen aber ihr seht dass das krisse doch ganz schön wenn das wenn das umschaltet wenn sie halt kurz mal so ein bisschen mehr wird und wir haben gerade alle verloren wir haben jetzt nicht ganz alle verloren hoffe ich mal shit holen sich meine mails das da jetzt kommt aber die haben den showdown das ist natürlich doof das ist doof das haben wir glaube ich doch verloren und es kriegt mir doch ein bisschen zu sehr und ich denke mal wir werden doch aufs kabel um springen denn das ist mir doch ein bisschen zu viel delay behalten wir einen test behalten wir einen test okay jetzt haben wir sogar richtig fett verloren behalten wir einen test und stecken wir eben das kabel um das krisse mit dem doch ein bisschen zu sehr ich glaube ich doch wieder aufs kabel meine so schlecht ist es jetzt nicht wenn man es jetzt so sieht und dann geht es aber wenn die szene zu schnell um springen also da muss ich noch ein bisschen was hätten ich weiß nun im moment noch nicht wo entweder hier in der software also in dieser stream software oder aber ich muss es am vc denn darüber kriege ich das bild jetzt gerade rein noch facetten aber ich denke mal ich schließe jetzt trotzdem mal eben das kabel an und machen kurzen cut dann machen wir die weiteren angriffe so ich musste das jetzt eben einmal so ein bisschen um klemmen hier aber jetzt bin ich zumindest am am kabel dran und ich glaube dass es das ist doch ein bisschen besser einmal das kabel so ein bisschen verlängert und auch hier beim zumindest beim umschalten ist es kurz mal so dass es so ein bisschen krisselt aber ich glaube der rest hier wird dann nicht mehr ganz so schlimm sein wir gucken mal auch ich bin natürlich ziemlich forsch hier ziemlich forsch dabei aber meine beiden jungs auch und mal sehen hier ich hole mir auch mal ein bisschen was muss mir aber eben mal so ein bisschen verstecken hier wo die machen dann natürlich auch so ein bisschen rabatz wir haben natürlich auch auch ein brook dabei er dann auch so ein bisschen ein wenig mehr port aber hier unten haben wir so ein störenfried wir müssen wir mal weg machen ok den haben wir da weg gemacht und ok ich glaube der radio sich man man kann leider den radios jetzt jetzt nicht wirklich sehen von meiner kanone die ich da dann immer auf stelle oder das sind gerade ganz viel aber ich konnte ich konnte da jetzt nicht hin ich konnte da wirklich nicht hingehen das war jetzt an der stelle nicht möglich und aber ich kann meine kanone aufstellen und ich glaube die runde ist in jedem fall ein bisschen besser ich stelle ich jetzt aber einfach mal auf und mal sehen ob es noch mal hilft wir gehen immer außen so ein bisschen lang gerade und hauen hin noch mal so ein paar ooo aber wir haben aber gewonnen brot vorbei auch da hat es jetzt gerade wieder ein bisschen gekrisselt komischerweise dann hat das vorher nicht gekrisselt das krisseln muss ich in jedem fall muss ich in jedem fall mal abstellen denn das stört mich ganz ganz gewaltig hier ich denke mal das wird ja in der aufnahme auch so sein aber mal sehen hier geht jetzt komischerweise beim umstellen das sind halt die kleinen techtel mächtel technischen teils so die erste session haben wir hinter uns machen wir halt machen wir natürlich die nächsten und ja ich weiß ihr habt euch so geömmelt dass ich hier unten zu terrorraub zu tresorraub terrorraub gesagt habe ja ich weiß das war das das war der versprecher schlechthin das war wirklich der versprecher schlechthin keine frage und so gucken wir mal das zweite game an ich glaube ich habe noch mal so ein bisschen die settings jetzt nachjustiert das hat jetzt schon mal nicht gekrisselt gerade ich muss das hier im handy ich musste das gerade mal ein bisschen leiser machen das war doch gerade ein bisschen laut und oder haben wir da haben wir mit mel primo hier zu kämpfen weg weg du scheiße immer auf die schwachen immer auf die schwachen es ist so klar aber es sieht noch ganz gut aus ich meine jetzt zu anfang tut sich da eh nicht so viel so jetzt haben wir die die lacht immer so hämisch wenn ihr das ding hier aufstellt das finde ich echt cool aber der el primo macht mich ja ist klar ist klar dass er mich natürlich wieder macht 5 1 sieht aber nicht so gut aus vielleicht sollte ich gleich mit meinem mails mit meinen mails eine runde spiel und das ist aber so ein komischer kreis hier das ist ein heilkreis kann er sein und hier geheilt wird meine wenn ich jetzt natürlich in dem heilkreis mein mein mörser hingestellt bekomme ist das sicherlich nicht schlecht dann können wir so ein bisschen aus dem agieren wir gehen immer noch auf mich hier ist klar wir gehen immer noch auf mich weil ich bin natürlich die schwächste im gelieb hätte ich mal fast gesagt und naja ja 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 jetzt habe ich meinen mörser nicht nicht ganz hier im heilkreis stehen kurz aber ich glaube gar nicht mal dass es immer mein weil es lang ist wenn diese wenn diese dinger da sind und ich glaube er dass ein server lecks denn mein mein lan hier ist seit tagen nicht nicht so super schlecht wo kommt der gitarrenspieler muss da vielleicht weg achtung von links kommt natürlich wieder der el primo es ist klar und er will sich sicherlich mal wieder das schwächste glied hier holen da muss ich mit meiner penny eben mal so ein bisschen hier unten rum eiern jetzt ist hier in der mitte mal gar nichts aber der el primo ist noch hier irgendwo ane da da ist er ok stelle ich ihm hier mal meinen mörser hin und wir haben den countdown den showdown hier kommen kommt doch einfach zurück leute das ist so ein bisschen das einfachste deswegen holen wir uns nämlich noch die restmarken hier jetzt verpieseln wir uns hoffentlich nach unten und verlieren nicht noch ein bisschen was aber man kann auch ein bisschen man kann auch ein bisschen offensive zeigen auch das ist nicht schlecht also einfach mal ein bisschen angreifen aber diesmal ist die technik erfolgen mein usb kabel ist irgendwie wackelig keine ahnung ich habe meine ich habe um um das s7 ich zeige euch das mal hier so ein bisschen die kamera habe ich noch so ein rahmen rum vielleicht muss ich den mal weg machen wenn ich spiele weil ich so ein bisschen das gefühl habe dass dieser usb stecker so ein bisschen zu breit ist und da nicht ganz ganz so tief rein geht aber trotzdem wir haben den zweiten platz hier gehalten bzw gewonnen und damit haben auch die star marke drin also coole sache hier wir haben so ein paar kisten geöffnet wir haben richtig gut hier unsere brawler gelevelt ich kann auch 102 mal bzw ich habe noch verbleibende 102 marken mal zwei richtig krasse geschichte und damit haben wir die in jedem fall drin und guck mal wie viel marken ist dafür immer gibt also dieser verdoppler ist der hammer noch zwei marken dann können wir noch eine kiste öffnen und ich hoffe ich öffne die vielleicht in den nächsten tagen wieder mit euch also wenn euch die bros das folgen gefallen dann lassen wir ruhig einen daumen nach oben da und schreibt mir das ruhig in den kommentar ob das in ordnung ist ich werde das ganze ein bisschen verfeinern anderes usb kabel nehmen und so weiter aber ich glaube jetzt war das ganz gut ist dahin würde ich sagen euer toto broad